Das IPE Kinder- und Jugendcoaching basiert nicht nur auf dem Punkt, dass wir sagen, wir schauen mal wo es hakt, wo es hängt, wo Probleme sind, sondern wir gehen noch einen Schritt weiter, dass wir sagen, wenn dann schon keine Probleme da sind, dass wir dem Kind helfen, wie es leichter lernen kann, wie es ins Selbstbewusstsein kommt, wie es in die intrinsische Motivation kommt, also von innen heraus auch Lust hat auf die Dinge, die vor ihm liegen und wie es in die Ressource kommt. Also nicht nur einfach keine Probleme mehr haben, sondern auch Lust zu haben auf die Dinge, die da kommen und die Energie, das auch anzugehen und das ist in unserer Welt Coaching in der Gesamtheit und das lernen Sie bei uns im IPE.